Bidabidam, Ryo Hayato, wieder da, etwas angenervt, da ich gleich das nächste Video aufnehme. Ich will das alles an einem Stück spielen, ja, ich bin wahnsinnig. Keine Ahnung, wie danke ich in diesem Spiel spiele, okay, vielleicht mache ich doch nicht so viele Episoden, weil ich werde langsam müde. Ha ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, endlich bin ich an diesem Level herbeigekommen! Kein Kommentar. Anlaufnummer, ich habe vergessen mitzuzählen, yeah, hey. So, diesmal aber, diesmal, diesmal kicken wir hier alle wieder weg. So, oben lang gehen, das hat mir Glück gebracht, glaube ich. So, oben lang. Jups, dich nehme ich mit. Oder auch nicht. So, jetzt darf, ha ha, ich bin durchgekommen, na, an die auch vorbei. So, da rüber, da rüber, da rüber, da rüber und zack, Ziel. Okay, jawohl, ja, das funktioniert doch exzellent. Meine Fresse, wie viel Zeit hatte ich denn übrig? So, wir können in diese Richtung gehen, aber nein, ich gehe nochmal da lang. Da muss es noch irgendein Geheimnis geben und das werde ich herausfinden. Bansi, oh Gott. Ha, schön, schöne Kombination. So, ich brauche einen Panzer, ich nehme mir einfach mal den. Ach, warum brauche ich einen Panzer? Ich kann doch einfach so machen, oder? Warte, ich nehme doch lieber einen mit. Oh, brauche ich doch nicht. Äh, was, äh, was ist das denn? Ach, da ist meine Feder, sagt es doch, ihr Spackenkinder. Komm. Da oben, da bräuchte ich den roten Schalter, aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Weg, da hinzukommen. Jetzt haben wir ein bisschen, ah, lauf, ihr. Nein, 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 geht doch nicht, geht doch nicht, okay. Okay, nein, geht doch nicht, nein. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, und ich noch. Gehe ich eben da rein. Hui, platsch. Lol, plopp. So, erstmal Blume. Blume ist schick. Blume, 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 noch eine. Jöh. Jöh, jöh. Das ist mein Gamepad wenigstens ein bisschen aufgewärmt. Das kann ich damit besser spielen. Hopps. Und hopps. Das funkt es doch exzellent. Kann sein, dass meine Stimme nicht gerade so toll klingt, weil ich bin die letzten paar Tage erkältet gewesen. Bin es eigentlich immer noch. Und extra leben, extra leben, jawoll. Ja, was wollte ich sagen. Ich bin erkältet, krank gemeldet, habe die letzten paar Tage in der Schule gefehlt. Und werde deswegen assi viel zu nachholen haben, müssen, müssen haben. Ja, werde ziemlich viel nachholen müssen. Das ärgert mich jetzt schon. Cool, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Deine Mutter stinkt. Schlüssel. Jawoll. Hui. Roter Schalterpalast, jetzt können wir da lang gehen danach. So, roter Schalterpalast. Was ist das denn? Oh Gott. Kein Kommentar. Nein, überhaupt kein Kommentar. Nochmal passiert mir das aber nicht. Jetzt bin ich vorbereitet. Also, darauf, darüber und dann... Verdammte Dreckskackenbums. Ich sag's gerade eben noch, verdammt. Ii, jetzt mach ich's ganz geschickt. Oh. Na, also, ich hab mein beiden Leben zurück. Jetzt will ich mehr. Und, schluss, glücklich. So, jetzt noch zum roten Schalter. Puff. Switch Place. Die Kraft des Schalters, den du gedrückt hast, will drehen durchsichtig in Rot. Dein Speicherdings will auch gespeichert werden. Puff. Speichern. Wunderbar. Wieder eine Stage gemeistert. So muss das doch laufen, Leute. Es ist exzellent. Es ist exzellent, wie es gerade läuft. Ja, es ist sehr exzellent. Deine Mutter. Deine Mutter läuft exzellent. Kleines, gestacheltes, gelecktes Arschloch. Ich werd dir so in deinen gekriegten Hintern treten. So, durch. Dinininininininininini. Da komm ich nicht durch. Oh, jetzt komm ich damit nicht. So. Buff, buff. So, hier war Feder. 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 Feder, Feder, Feder. Hier war der Feder. Buff. So, drauf. Dup, dup, dup. Ah, Schlüsselweg, Schlüsselweg, Schlüssel, 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 ZIP, Schlüsselweg. Jawoll. Ach, Leute, seht ihr, ich weiß nicht. Ja, gut, das Mario World ist doch vielleicht vielleicht ein Gegensatz zu Rocks, das Mario, aber... Mein Gott, ich wollte euch was zum Anschauen bieten. Und ihr freut euch hoffentlich darüber, dass ich hier gerade so ein schönes Spiel spiele. Ähm, ja, wegen das hier. So gehen das. Dup, 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 dup. Du bist tot. Dup, 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 dup. Hopp. Also mittlerweile bezweifle ich, dass das hier ein Blind ist. So wie ich hier gerade abgehe. Ach, deine Mutter. Nein, du. Ja, sehr schön. Sehr schön, kannst du das Mario. Kann ich auch gucken. Ich würde jetzt sagen, Touchdown! Yay! Ohne Feder! No! Sternweg! Ah, da gehe ich noch nicht durch. Nein, ich will erst den ganzen Ballet der Dome fertig machen. Ich mache das systematisch. Wisst ihr? Systematisch wie in... Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Äh, wie komme ich da rauf? Gar nicht. Toll. Bin ich jetzt erst mal rauf gekommen? Weiß ich nicht. Geflogen, oder? Ah, so. Okay. Äh, nö! Mein Gott. So, er sagt... Äh, es hat geklappt. Wow! Skill! Genau durch die Mitte. Genau aber durch die Mitte, ja? Bin so gut. Bin so gut für dieses Spiel, dass ich so gut bin. Äh, äh, äh. Ich drehe mal noch 1 pro Oktaven höher. Oh, jetzt geht mein Femme nicht wieder aus. Ich hoffe, hier konnte der Ton vorher auch schon gut hören, aber ich dachte, ich drehe mal vorsichtshalber ein bisschen höher. Sollte vom Verständnis her wunderbar gehen. Du wirst mir bei 7 Minuten 40. Das kann doch nicht was. Wie schnell geht denn die Zeit um, wenn ich dieses Spiel spiele? Das macht süchtig. Oh, süchtig, süchtig. Bämstie, du bist tot. So, jetzt scheiß ich auf die Blume, Blume, Blume. Blume ist überwertet. Schwimmel hier lang und hier lang und hier lang und hier lang und da raus und da hinten. Und dann mach ich den und den und dann doch genau und krankstie, brummstie. Klaminatis denkt, mach so und... Äh, was war... Was? Was zum Geier war das denn für ein Scheiß? Dieses Spiel hat Bugs ohne Ende. Oh, ich mach's ruhig. Nicht getroffen. Nein, 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 nein. Ähm. Pounce. Ja, fick deine Mutter in den Arsch, du kleines dreckiges Arschloch. Yep. Bunte Schalter werden überbewertet und ich weiß, dass ich keinen brauche, weil ich sicher sowieso gleich am Ende bin, ohne zu sterben. Yeah, hey. So, hier durch und da und da und den und den und den passieren und darüber und ja, ja. Ja, und exzellent, ich bin jetzt hier. Mehr Glück als Verstand, aber immerhin etwas Verstand, glaube ich. Puh, wieder ein Level geschafft. Ich würde sagen, das Vanilla Ghost House, ach, warum nicht, einen Versuch kann ich mir machen. Notfall schneide ich einfach mittendrin, ich habe ja genug Zeit, ich habe ja genug Zeit. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, ist das Skill, Leute, ist das Skill, ist das. Ich kann dieses Spiel so dermaßen gut. Ja. Ich glaube, ich nehme es zurück, Leute. Gut, im Sinne von Scheiße. Gut. Wir gestorben, gerade eben, winzig, schneiden, an dieser Stelle, Rio Hayato, weil wir nehmen auf, nächste Folge, gleich danach. Also, Rio Hayato, klingt sich aus, auf ein Ende. Ciao.